Meinem göttlichen Willen darf man sich niemals widersetzen. Freitag, 9. Mai 2014, 17 Uhr Meine liebste Tochter, die Welt wurde von mir geschaffen, denn das war mein Wille. Meinen Willen hat es immer gegeben und wird es immer geben. Mein Wille wird geschehen, mit oder ohne den Willen der Menschheit. Der dem Menschen durch meine Hand gegebene freie Wille wurde missbraucht und dies hat zu einer Trennung zwischen dem Menschen und mir, dem ewigen Vater, geführt. Solange der Mensch die Gabe des freien Willens hat, bedeutet dies, dass nur diejenigen, die sich entscheiden, zu mir zu kommen, durch meinen Sohn, Jesus Christus, Teil von mir, wieder heil werden können. Wenn der Wille des Menschen sich meinem Willen widersetzt, dann ergibt sich ein erbitterter Kampf, denn nur mein Wille kann sich hinwegsetzen über alles, was ist. Mein göttlicher Wille steuert alles, was ich erlaube, alles, was ich zulasse, denn ich werde den freien Willen, den ich dem Menschen gegeben habe, immer akzeptieren, denn ich nehme nicht zurück, was ich gebe. Manchmal verursacht der Mensch durch seine eigene freie Wahl schreckliches Leid in der Welt und beleidigt mich durch seine Gier und Selbstsucht zutiefst. Dennoch greife ich nicht in den Willen des Menschen ein, denn nur er kann entscheiden, ob er tun will, was mein Wille wünscht, oder nicht. Und obwohl ich nicht versuchen werde, den freien Willen wegzunehmen, bedeutet die freie Wahl nicht, dass der Mensch mir seinen Willen diktieren kann, über das, was mein ist. Meinem göttlichen Willen darf man sich niemals widersetzen, denn der Mensch kann meinen Willen niemals überwinden. Wenn er es tut, wird er sich mir unmöglich widersetzen können, ohne unter den Folgen zu leiden. Nur ich bestimme über den Ausgang von Leben und Tod, denn dies zu entscheiden steht nur mir zu. Wenn ich eine Entscheidung treffe über die Durchführung meiner Pläne, meine Kinder zu schützen, hat kein Mensch die Macht, diese Entscheidung aufzuheben. Sollte der Mensch versuchen, sich in meine Geschenke an die Welt einzumischen, zu denen das Leben in all seinen Formen gehört, dann wird er nicht nur scheitern, sondern er wird leiden, als Folge davon. Niemand soll versuchen, mich in meinem Plan, meinen heiligen Bund zu vollenden, aufzuhalten. Niemand soll gegen mich lästern oder meinem Willen im Wege stehen, um nicht abrupt abgeschnitten zu werden. Niemand soll versuchen, mich aufzuhalten, dem Seelen das ewige Leben zu geben, oder sein eigenes Leben wird enden. Wenn ihr versucht, euch mir zu widersetzen, wird euch das niemals gelingen. Wenn der Mensch fortfährt, mein Wort abzulehnen und meine Göttlichkeit zu bekämpfen, wird das nur zu Chaos, Katastrophen, Verlust von Leben und schrecklichen Züchtigungen führen. Das ist der Grund, wenn eine Seele aufgefordert ist, mir oder meinen Weisungen zu gehorchen, warum eine Seele, die durch ihren freien Willen diese Bitten akzeptieren wird, es unmöglich sein wird, sich meinem Willen zu widersetzen. Du, meine Tochter, hast versucht, meinen Willen zu bekämpfen, obwohl du dich mir bereits ganz hingegeben hattest. Inzwischen wirst du wissen, dass dies wenig nützt, denn nur das, was von mir vorgegeben wird, auf meine eigene Weise, kann getan werden. Kinder, ich bin euer Vater. Ich bin euer Schöpfer. Nur ich weiß, was die Zukunft für euch bereithält, aber ihr werdet getröstet sein zu wissen, dass alle meine Pläne fertig sind. Nur wenn euer Wille mit dem meinen verbunden ist, kann mein Königreich voll verwirklicht und schließlich vollendet sein. Nur dann werden alle Konflikte zwischen dem Menschen und mir, eurem ewigen Vater, vorbei sein. Friede wird dann herrschen in der kommenden neuen Welt, einer Welt so vollkommen, dass sie niemals enden wird. Euer Vater Gott der Allerhöchste Gott der Allerhöchste